Im Lausitzer Technologiezentrum an der B96 ist eine weitere Ausstellung zur Geschichte der Stadt lauter zu sehen. Die zweite von insgesamt acht Schauen anlässlich des Stadtgeburtstages widmet sich der Siedlungsgeschichte. Auf acht Bildtafeln wird von der ersten Erwähnung des Dorfes Lute im Jahr 1374 über die Entstehung des Aluminiumwerkes mit seinen Wohn- und Barackensiedlungen die Entwicklung bis heute nachvollzogen. Die Ausstellung ist noch bis zum 21. November zu sehen. Ab dem 3. Dezember wird dann die Evangelische Kirche der Stadt im Fokus stehen.